Nein, 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 und nochmals mal. Ich bitte sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist da drin. Das mag sein, aber... Aber was? Ich mach auch bei diesen Abenteuerdings damit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Abenteuer von allen. Wie ich Ihnen schon mehrfach mal sagte. Das kann ich leider nicht zulassen. Oh, du bist wirklich gekommen. Hä? Sag auch. Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forschung, da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier der Sturkopf sein? Ich habe es Ihnen schon oft genug erklärt, aber Sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Die Normax-Abenteuer sind ein äußerst gefährliches Unterfangen und... Gah! Dieses wissenschaftliche Palabra macht mich wahnsinnig. Seifz. Hier sind wir uns die ganze Zeit nur im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung anhören? Dann könnte ich euch zusammen durchlassen. Aha! Eigentlich gibt es ja auch von sich, dass Hand und Fuß hat. Halt es mal. Wer ist das so, um die Erklärung anzuhören? Dann kennen wir zusammen. Nach meiner Kleine? Ja, so. Okay. Darf ich gehen? Möchtest du dir meine Erklärung zu Dynamax-Abenteuerung anhören? Äh. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir. Nur, da beginnt ich mit Erklärung. Meine Frisse, ey. Das Dynarisen-Nest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galarierung nicht zu Gesicht bekommt. Schließ dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkundet dir das rätselhafte Riesennest. In den Tiefen des Nestes wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Dynamax-Abenteuer beschreitet es von der Seite eines geliehenen Pokémon. Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler ein Leit-Pokémon auswählen. Im Änderung dieses Riesennests gibt es etliche Abzweigungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen Leit-Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon in Dynarate. Hingest du ein Pokémon kannst du das gegen den aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiterfordern. Eure eigenen Pokémon laufen und hat leider Gefahr, durch die hohe Konzentration an Galar-Partikeln außer Kontrolle zu beraten. Aus diesem Grund bieten wir eurer Pokémon an, deren Resistenz gegen Galar-Partikeln sie von diesem Schicksal bewahren. Ah, jetzt schnell jetzt. Wir sollen uns drei pochen. Oh Gott. Seid nicht, ich werde beschließen nicht weiter. Alter, das Lesen tut so in der Fresse weh. Und er wurde einmal überraschend damit ver알. ... ... ... Das war's für heute. ein pokémon mal ein alter was ja gut macht schon ein bisschen sinn das ist ein baldorfisch dann müssen das im körper von durch der es ist ein wachschlag mit feuerfähiger mit feuerfähiger Okay. 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 Das war's für heute. 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 Was ist das denn? Aua! Kacki, du. Ja, das ging schon. Oh, das war es. Oh, da war ich schon. Ja, das war ich schon. Oh, das war es. Oh, das war es. Ich bin schon. Oh, das ist das. Aber du bist nur ein Blurredgeiler! Du bist nicht nur Blurredgeiler! Das ist nur Blurredgeiler! Oh So we fucking cool Schöner my god Wenn ich für Kuhle da halten darf, dann hast du jetzt keine Fragen. Also, mein Amagai hätte ich auch gerne mehr im Spiel dazu, aber... Oh, mein Amagai! Oh! Oh, mein Amagai! 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 Ich hab ein Zoo-Ikone und das macht mich so happy, oh yeah. Geiler, scheiße, ich hab ein Zoo-Ikone, ich freu mich immer, hey, dich kenne ich doch. Bist du ja auch für ein Dynamax-Abenteuer, Heger? Dann liegen wieder zwei Übels auf einer Wellenlänge. Ich bin übrigens Mila. Und du heißt? Ich bin Thira. Der Name passt ja richtig gut zu dir. Kompliment an deine Eltern. Ich hab mir den Namen selber gehört. Was? Mein Dad ist auch hier? Ich hab ihn nirgends gesehen. Wurde nicht wunderbar aus Versehen, wie er zum Eingang zurückgelatscht ist. Ach ja. Tut mir voll leid, dass ich dich ver- Aua. Sorry, ich höre gerade bitte. Wurde zappen, um ihn abzunehmen. Und dann gibt's nicht. Jetzt kannst du den Namen weiter. Sorry, du kannst meinen Geist. Wie ist das denn, wo du das? Ich halte mich. Hey, du kannst mich auf Desirees nicht. Ich halte mich. Ich halte mich. Ich halte mich. Wie, du hast mich ver- Aua. Ich halte mich. Wenn du meine Eltern etwas und das nicht so kannst. akzeptabler akzeptabler ich habe zu die krone gefangen naja Ja, das ist die Snitch. Sechzehn! Jep. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. Jep, jep. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. Jep. Jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. 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 Jep, jep. Jep, jep. 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 Jep, jep. Jep, jep. Jep. Jep, jep. Macht noch, komm, macht noch ein Schmerz zu machen. Das ist interessant. Die Strecke hat nicht jubelt. So hat man das ganze doch nur aus diesem Haus besteht. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. 1-Num-Num. Na, was? Hallo, Junge, spielen Pokémon! Das neue Pokémon-Dienste! Oh Gott, du blöde Sau, du. Schreck mich doch nicht, Sau. Hey, du Sau, ich will nicht. Ich habe nur noch Tlammelt, Thomas. Oh, und ich hab eins für Kuno. So, zack. So, zack. So, zack. So, zack. In N.P.C. Box. Komm, komm, komm. Und da? Rett! So! Zu Ikone darf dann aber nicht. Aber vorher... ...sehe ich das gefangen. Schrein hier so! Zu Ikone! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Und es geht schon wieder los! Wo ist das hier? Aaaaaaah! 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 Man, da muss nur Ikone! Oh! He's gonna have a demon in there, Bruno! Oh, shit! Das hat er keine Ahnung! ab rein rein Gehto? Okay. jetzt an die falsche Richtung WTF ist das da im Hintergrund?